Ähm, was ist besser? Ah, ich hab nur so'n Granatenscheiß hier. Oh, scho... Ah, der... It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Hey Leute, willkommen hier zu einem weiteren Video. Und heute mach ich mal Team Forge 2. Ja, das hab ich mal früher privat gespielt. Also ohne aufnehmen. Und dann dachte ich mal, Maja fahr jetzt mal mit aufnehmen. Ich kenn's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war von Steve so'n kostenloses Spiel. Und ja, da würd ich sagen, los geht's. So Leute, wir sind jetzt hier in der Runde drin. Und hier kann man jetzt auswählen, wer man sein möchte. Wir machen einfach mal... Keine Ahnung, den hier. So, ich muss nochmal ganz kurz hier die, ähm... Musik... Oder hier ein bisschen... Hier, wer ist das? Ja, Lautstärke ein bisschen runterdrehen, weil das ist zu laut. So, so ist am besten, glaub ich. Okay. Dann würd ich sagen, guck mal, ob das kann. Also man muss hier, wer das nicht kennt, ähm... Es gibt... Achso, nee, wir brauchen das jetzt nicht so. Also man hat zwei Teams. Also ich bin jetzt Team Rot. Und dann muss man... Ist das Team... Nee. Und dann muss man, äh... Das Team Blau... Töten. Und wer mehr Kills hat, der hat, glaub ich, gewonnen. Okay, dann gucken wir mal, ob hier irgendwer ein Blauer ist. Bin ich wirklich auch rot? Ja, oder? Oh. Ja, ich bin rot, okay. Ah, ich hab nur so einen Granatenscheiß hier. Oh, sch... Ah, der ist wer! Oh. Ich würd sagen, ich mach mal gleich noch eine zweite Runde mit einem anderen Typen, weil... So scheiß Granaten werfen, wo ich eine Flasche zu haben, ist auch nicht geil. So, und... Ihr habt ja schon gesehen, dass ich jetzt drei Tage miteinander ein Video gemacht habe. Und ich will versuchen, jetzt eine Woche lang jeden Tag ein Video zu machen. Also eine Woche lang jeden Tag ein Video. Also muss ich... Kommt da wer? Nee. Also muss ich jetzt noch, wenn ich das Video habe, genau vier Videos machen. Daily Videos. Also eine Woche lang. Wo kann der denn jetzt her? Also wie gesagt, das Spiel war kostenlos und dafür, dass es kostenlos ist, ist es eigentlich ganz nice. Also ich find's gut. So, jetzt ist der... Ah, der ist ein Blauer. Der ist ein Blauer. Also dieser... Ich will... Ich weiß nicht, ich will eine Pistole haben, aber keine Granatenwerfer. Damit kann man doch nicht richtig schießen und kämpfen, Mann. Oh, der ist wer. Ach... What the fuck, wo kommen die von den ganzen Seiten hier? Ich kann einfach mit meiner Füße rauf, wo ist die? Da. Ich muss hier gucken, ob ich irgendwie mit der... Nee. Oh Gott, hallo. What the fuck. Da ist doch wer. 2.000 Jahre später. Ähm... Okay. Wo kommt der jetzt wieder her? So Leute, ich bin jetzt in der nächsten Runde reingegangen, weil ich vorhin einfach mal einen anderen auswählen, der was Vernünftiges hat, weil damit konnte ich nicht machen. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal den hier, weil der... Ah, ja. Okay. Das ist schon einigermaßen besser. Jetzt bin ich im Team Blau. Okay. Dann muss ich jetzt die Roten umbringen. Und nach dieser Runde ist auch schon die Aufnahme vorbei. Weil ich muss noch ein bisschen Farbe produzieren, weil, wie gesagt, eine Woche ein Video machen. Also die ganze Woche lang. Äh, also eine Woche lang. Deswegen. Was habe ich noch hier? Ah ja, mit den... Ich kann auswählen, wen ich haben will. Wenn ich jetzt nicht so aus... Wie kann man... Mann, scheiße! Ja gut, Leute. Ich würde sagen, was ist dann von diesem Video? Wenn du es noch gefallen hast, dann lasst einen Daumen hoch da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und... Ciao! Ciao!